moin moin hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge Cities Skylines ja falls ihr es noch nicht mitbekommen habt wir sind gerade mitten im so jetzt habe ich meinen Kopfhörer weggenommen es tut mir mega leid ich habe keine ahnung was da los ist zurzeit ob die Erkältung kommt ich weiß es nicht jedenfalls sind wir mittendrin alles weg alles neu alles vernünftig so ja 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 die heulen immer rum und freuen die sich doch guck mal 5 3 13 10 ja da ist ja nichts ne wenn man so will da ist auch nicht mehr viel nur noch da sind viele so guck mal bam 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 wie auch immer das gerade ging alle krank alles kranke Schweine das schöne ist jetzt wenn das Ding hier voll ist dann fahren die einfach um den Kreis bevor es voll ist und wenn es dann voll ist dann fahren die halt nach hier hinten hin in diese oder in diese Verbrennungsanlage also es geht voran gleich kommen wieder zwei dahin ich denke mal wird das auch schon ganz gut sein so haben wir dann alle überall eine Verbindung ja hier ist eine Verbindung selbst dahin ist eine Verbindung und hier ist auch oh warte mal diese Verbindung ist allerdings mittlerweile echt unnötig geworden hier haben wir gar keine okay also die Verbindung die hier war die ist unnötig weil ist ja so verbunden alles nur noch das muss sein nice das Ding ist auch leer dann tschüss gibt es hier auch noch eine also wenn hier einer stirbt haben wir ein echtes Problem aber da kann man noch ein Bein klatschen das ist ja nicht das Problem wir sollten auch glaube ich mal hier welche hin machen Krematorium oder so und da auch noch eins weil Tote ja aber hier nein ne das funktioniert nicht so ganz ne das funktioniert nicht so ganz und da kann man ein paar Sachen ausschalten ist ja auch so dass das hier alles neu kommt und deswegen da muss man noch ein bisschen gucken so und wo ich schon was wegreißen kann das tue ich dann natürlich auch schon komplett weil ähm weil ähm ne ne muss ja nicht laufen wenn er eh nichts mehr am Start ist ähm 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 auch ähm 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 290.000 und der geht gar nicht so ab okay ja der ist jetzt auch nicht so wild ein umbau ist hier aber der kann eigentlich noch nicht stattfinden weil hier noch die verbindung besteht es tut mir leid wenn ihr was gehört habt oder es in euren ohren wehtan ich habe gerade den krampf in meinem hals das war heftig ich wollte eigentlich noch ausmachen den ton ich habe gedacht ich probiere es einfach mal wenn der ton dann den resten voll weg ist dann habe ich halt pech ach sorry aber wir kriegen gar nichts mehr tut mir leid alles geringer bodenrischwert die leute sollen ja auch weg ziehen also langsam aber sicher solltet ihr merken dass wir euch hier nicht wollen sobald ich sehe dass es minus geht dann ist natürlich komplett vorbei da mache ich gar nichts mehr ist ja klar aber bis dahin genau verschwindet auch ein bisschen von allein die baut sie noch aus die nur sie sind ah ok und jetzt geringer bodenrischwert jetzt wird das ding zu teuer ja was sie bezahlen oh jetzt geht es aber auch alter tausend leute rum hier ab aus der stadt wahnsinn und jetzt ziehen es alle nach hier um zu sagen Möbelpacker alles geht dahin alles geht dahin und 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 jetzt ich muss ein paar gebäude anmachen weil sonst habe ich ein bisschen zu viel oh ja es marschiert so langsam runter so der eine in der Mitte der bleibt jetzt sollte es auch langsam ein bisschen wegploppen man könnte noch noch eine Feuerwehr anschmeißen. Und ich denke mal, dann sind die meisten schon ganz gut bedient. Okay, die Polizei machen wir auch wieder an. Dann sollte aber hier auch alles jetzt getan sein. Oh, es geht offenbar runter mit dem Minus. Okay. Wollen die doch jetzt wieder recht hinziehen oder was? Das will ich ja gar nicht. Ich will ja nur nicht, dass alle jetzt auf einmal abhauen. Okay. Ja, den da oben ist es immer noch zu teuer, aber hier innerhalb der Stadt ist es schon okay. Ah, ist auch nicht mehr so viel. Wenn der weg ist, dann ist hier schon mal eine ganze Menge geschafft. Aber dann haben wir wieder zwei dazu. Und ich denke mal die zwei, wenn dann auch das hier ganz schön runterlumpeln. Ja, meine Bevölkerung steigt jetzt wieder an. Aber es ist ja immer so. So, hier siehst du, hier sind auch schon viele weg. Einige sind schon ausgezogen. Jetzt ziehen wir mal die Straße komplett weg. Weil die sind eh schon quasi... So, da ist halt sowieso alles ausgezogen oder zieht noch aus, so oder so. Von 500 auf 400. Und dann muss ich eigentlich jetzt wieder hochgehen, weil ich hier drei Straßen komplett weggeflankt habe. Polizeiwache. Ausschalten. Ja, habt ihr hier keinen Empfang. Großer Spielplatz ist aus. Die Resistenz. Buchen. Ja. Vogelsang. Aber nichts mit der Mut. Das Ding ist aus. Das Ding ist aus. Großer Spielplatz. Polizeiwache ist aus. Jetzt sind wir nur noch bei 7000. Oh, das sind auch immer weniger Menschen. Und ihr sucht natürlich, ne? Scheiße. Wir haben ja doch schon ein bisschen was hier wegkommt bei euch eigentlich, ne? Wie sieht's denn mit dem Budget aus? Müllabfuhr ist natürlich noch sehr hoch. Wird aber weniger und dann wieder mehr und dann wird's eigentlich wieder ein bisschen weniger. Und ja, Krankenhäuser ist sehr viel. Aber der Rest ist eigentlich ganz günstig. Müll und das. Die Gesundheit ist halt sehr teuer. Ja. Jetzt kommen wieder welche dazugezogen. Aber das ist doch immer so. Die Leute ziehen weg, die Leute ziehen her. Weh, hab ich hier keine Polizei. Polizia. Hab ich hier oben hier noch ein paar Stationen, eine kleine. Oh, ach guck mal. Das ist auch eine Polizeiwaffe. Ja, das ist, glaube ich, eine große sogar, ne? Oh Gott, hier. Nein, Polizeiwaffe ist eine kleine. Sehr nice. So, dann nehmen wir die doch. Und dann schieben wir die euch. Ganz gepflegt. Die Polizeiwaffe läuft erst nie was anderes gemacht. Bestattungs... Ja, ja. Das fehlt noch weniger. Also hier ist verfügbar. Okay, da ist nur ein kleiner verfügbar. Und die anderen sind alle in Leerhauts. Okay. Dann kann ich auch verstehen, dass die sagen, äh, hier, das ist aber zu teuer, steuern. Okay, jetzt verstehe ich es. Die wollen ja etwas geboten haben. Für das, was sie zahlen. Weil, polizeimäßig gibt es ja hier echt... Überhaupt nicht. Feuerwehrtechnisch. Hm. Das ist auch schon bald grenzwertig. Da oben ist noch einer. Die Feuerwehr machen wir an. Die nehmen wir raus. Wenn wir die hier unten reinschieben, dann haben wir hier... So. Ach, da sind sie. Ja, Mülldefonie gibt es hier gerade nicht. Kriminalität bei 3%. Machen wir doch mal, glaube ich, ein Hauptquartier dahin. Nein. So. Wo haben wir ein Polizeihauptquartier dahin geballert? Ja, ja, denen ist das alles zu teuer, zu teuer, zu teuer. Aber... Ich rüste schon auf hier, ne? Die sollen ja auch ein bisschen was geboten bekommen für ihr Geld. Da haben sie ja auch recht. So, hier ist es nämlich total für den Arsch, was hier geboten wird. Ich bin ja schon einiges hier am machen. Aber... Jetzt sind die Steuern immer noch zu hoch. Wie? Guck mal, ihr habt Strom ohne Ende. Ihr habt eine perfekte Wasserversorgung. Ja gut, die Mülldeponie, die ist für den Arsch. Ja, aber ihr habt selbst Feuerkrankbestattung habt ihr. Ihr habt Gesundheit immer noch. Voll für den Arsch. Dann müssen wir noch ein Krankenhaus hinflanken. Ah, daneben will ich das auch nicht brauchen. So. Ich sage, die immer noch Steuern nicht so. Ich leck mich doch. Das Gesundheitswesen ist abgedeckt. Feuerwehr ist hier jetzt tatsächlich gut vor Ort. So eine kleine Wache kann man hier hinten noch hinsetzen. Damals halt wirklich bei Minimals. So. Polizeioberwache habt ihr. Das braucht ihr nicht. Weder in Uni noch das noch dies. Das. Nein, 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 nein. Ihr habt trotzdem kein Bock hier was zu zahlen. Ist euch allen zu teuer. Wahnsinn. Ich habe jetzt schon alles gemacht. Aber nein. Dann machen wir mal einen Punkt runter. Wahnsinn. Unglaublich. Weil ich jetzt echt nicht erwarte, dass sie deswegen so rumkacken. Tun. Tun und dabei sind. Um rumkacken. Ich habe jetzt zu Feuerwehr alles hingeballert. Was interessiert die Leute denn scheiß. Die wollen halt nur wirklich. Ja. Wo ist denn unterbrochen, ha? Ach, meine Fresse. Ist doch scheißegal. Das Ding ist aus. Ding ist nicht an. Nein. Abgeschaltet. Fertig. Irgendwo war hier doch noch so ein kleines Ding. Okay. Letzte Woche Besucher. Touristen. Okay. Da gehen einige hin. In der Tat. Tatsache. Hätte ich jetzt auch nicht für möglich gehalten. Aber da gehen wir tatsächlich welche hin. Dann. Wollen wir den da doch wieder hinschmeißen. Auf seinen Platz. Dann warte ich jetzt hier mal ein bisschen. Ob da wieder welche hingehen werden. Weil hier oben waren ja einige. Da. Das lohnt sich dann vielleicht ja doch. 5,2. Okay. Mal gucken, ob das noch weiter wird. So, du bist bei 100%. Aber das ist mir gerade egal. Bei der du bist du nur noch 1%. So, du bist leer. Müllverbrennungsölner. Das ist nämlich das Geile. Da fassen direkt zwei Stück nebeneinander. So. Und die schicken auch ihre Autos raus. Oh. Wir haben wieder die Zeit erreicht. Wieder zu Ende. Also wir haben jetzt ein bisschen was geschafft. Wir haben hier ein paar Verbrennungsanlagen hingeklatscht. Das Ding ist jetzt am leer machen. Hier oben ist natürlich alles viel zu teuer. Und die holen wieder alle rum. Aber das wechselt jetzt alles runter. Das schrumpft jetzt alles. Genau wie das hier alles noch schrumpfen wird. Hier wird das noch ein bisschen umgebaut alles. Dann wird hier auch noch. Elke. Güterverkehr. Damit hier nicht mehr ganz so viel auf den Straßen passiert. Kommt alles in den nächsten Folgen. Das war es auch schon wieder. Haut was in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Euer Sweet OneWeb. Ciao.